Ich zeige euch die Gele vom Nagelladen. Als erstes das Perfect Match Aufbaugel. Es ist ein klares, standfestes Aufbaugel, wie ihr selbst schon sehen könnt. Es dauert eine Weile, bis es sich glatt sieht. Ich freue mich auf die Verarbeitung. Als nächstes nehmen wir das Fairy Diamond Bilder Gel Nummer 4. Ihr seht selbst schon, dass es relativ schnell läuft. Auch darauf freue ich mich, es zu verarbeiten. Als nächstes haben wir das No Limited Make Up Gel Snow Fairy. Ich finde den Farbton in Kombination mit Glitzer genial. Und als letztes haben wir das Acryl Gel Make Up. Das ist ein Acryl Gel, was ihr ohne Flüssigkeit verarbeitet. Und ihr seht, dass es recht standfest ist. Ich freue mich darauf.